Ja, servus Leute, herzlich willkommen zu den Breaking ElectroNews, der einzig wirklich seriösen Informationsquelle rund um das Thema E-Mobilität im Internet inklusive YouTube und heute mit folgenden Themen. Die Ford-Revolution, Tesla erhöht Preise an den Superchargern, eine Million Elektroautos in Deutschland, Natrium-Ionen-Akkus von CATL, die voreingenommenen Ölnachrichten, The Community Corner und Haha, I found an Error. Der Trend hin zur Elektromobilität nimmt immer mehr an Fahrt auf, auch alte Dinosaurier sehen sich jetzt gezwungen, ihr gesamtes Geschäftsmodell neu zu überdenken. Ein weiterer Dinosaurier, den das trifft, das ist die Ford Motor Company, denn InsideEVs.com meldet jetzt, zum ersten Mal seit ihrer Gründung im Jahr 1903 planen die Ford Motor Company im Jahr 2023 mehr für elektrifizierte Fahrzeuge als für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor auszugeben. Lisa Drake, Chief Operation Officer des Autoherstellers für Nordamerika, sagte dazu, im Jahr 2023 werden wir mehr für Elektrofahrzeuge ausgeben als für Verbrenner. Das ermöglicht uns, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, nicht nur in unserem Verbrennergeschäft, sondern auch im EV-Bereich mit dem F-150 führend zu sein. Da bezieht sie sich augenscheinlich speziell auf die Pickup-Trucks. Unsere Ambitionen sind also hoch. Allerdings muss man einschränkend sagen, da könnten auch Hybride mit dazugehören, die sind ja auch elektrifiziert. Auf jeden Fall hat Ford bereits Anfang des Jahres angekündigt, dass sie die Investitionen in die Elektrifizierung bis 2025 auf 30 Milliarden US-Dollar erhöhen und die nächste Prognose werden sie wahrscheinlich schon sehr bald kassieren müssen, denn Ford erwartet außerdem bis 2030 40% seiner weltweiten Produktpalette zu elektrifizieren. Ich denke mal, da ist Ford ein bisschen zu pessimistisch, aber wir haben es ja auch mit einem echten Auto-Dinosaurier zu tun. Seit 1903 werden dort Autos produziert und ich könnte mir ja sogar vorstellen, dass Ford in keinster Weise den Erfolg seiner Elektroflotte so erwartet hätte. Denn wenn ich zum Beispiel in die US-Foren zum Mustang Mach-E schaue, die Leute lieben ihr Pony und auch der F-150 Lightning scheint ein echter Erfolg zu werden, denn Ford-Chef Jim Farley sagte letzte Woche, dass der Autohersteller bereits mehr als 120.000 unverbindliche Reservierungen für den F-150 Lightning vorliegen hat, wobei ungefähr 75% dieser potenziellen Kunden von anderen Marken kommen. Das ist natürlich ein Riesenerfolg. Wenn da auch nur ein Teil abspringt, dann hätte man erhebliche Marktanteile durch den F-150 Lightning dazugewinnen können. Die Zahl ist ziemlich beeindruckend, schreibt dann auch InsideEVs.com, wenn man bedenkt, dass Ford erst am 19. Mai 2021 mit der Annahme von Vorbestellungen begonnen hat. Tesla hat mit dem Cybertruck natürlich noch deutlich mehr abgeräumt, da muss man aber ja nochmal abwarten, wann der überhaupt auf die Straße kommt. Ja, selbst vor einem Giganten wie Ford macht die Elektrifizierung und die Elektromobilität nicht halt. Die werden vom eigenen Erfolg überholt werden. Ich glaube auch, dass der F-150 Lightning in den USA einschlagen wird wie eine Bombe. Nur eine Bitte hätte ich da noch an den Herrn Fahli, vielleicht übergeben Sie die Softwareentwicklung doch außer Haus. Denn wenn ich sehe, wie viele Bugs mein Ford Mustang Mach-Eso mitbringt, ja, da kann man schon daran zweifeln, ob Ford in Sachen Software wirklich hohe Kompetenz hat. Ich freue mich jetzt auf das Update, das Software-Update, was hier ansteht und mal schauen, ob dann die meisten Bugs der Geschichte angehören. Auf jeden Fall insgesamt positive Nachrichten, auch vor einem Giganten wie Ford macht die Entwicklung nicht halt. Eine Entwicklung, die alles andere als begrüßenswert ist, sind die Preise an der öffentlichen Ladestruktur fürs Laden. Denn auch Tesla hat jetzt die Preise um 8, 8,5% ungefähr für die Kilowattstunde erhöht fürs Laden am Supercharger. Bisher kostete es 37 Cent die Kilowattstunde und jetzt hat der Tesla-Adri auf Twitter ein paar Fotos von seinem Display gemacht, wo man dann die entsprechenden Ladepreise sehen kann. Und dann seht ihr hier, da werden jetzt 40 Cent aufgerufen. Also der Trend zu immer höheren Preisen an den Ladesäulen geht ungebremst weiter. Das ist natürlich für Leute, die aufs öffentliche Laden angewiesen sind, ja, alles andere als erfreulich und wird den einen oder anderen auch daran hindern, ein Elektroauto in Erwägung zu ziehen. Ja, das, was ich noch gefeiert habe, nämlich dass Tesla angekündigt hat, sie öffnen ihr Supercharger-Netz für andere Marken. Muss ich jetzt schon wieder ein bisschen kritisch sehen. Denn vielleicht wird ja Tesla in den nächsten Monaten auf den Preiserhöhungszug weiter ausspringen und die Preise noch weiter in die Höhe treiben. 40 Cent die Kilowattstunde, denke ich, ist gerade noch so akzeptabel. Aber alles, was darüber geht, ja, das sehe ich dann schon als leichte Bremse für die Entwicklung der Elektromobilität an. Schade, schade. Aber mal abwarten, was die Zukunft bringt. Ja, und das, was das Jahr 2020 nicht gebracht hat, hat man jetzt im Jahr 2021 erreicht. Zumindest berichtet das Tagesschau.de, denn nach Angaben der Bundesregierung gibt es erstmals eine Million Elektrofahrzeuge auf Deutschlandstraßen. Das hatte unsere Bundeskanzlerin, die Frau Merkel, ja schon vor zwei, drei Jahren angekündigt, dass das Ziel ist, bis 2020 eine Million Elektroautos auf der Straße zu haben. Mit einem Jahr Verspätung hat man es dann geschafft und mit umfangreichen Förderprogrammen. Da bin ich ja auch nicht so ein ungeteilter Fan davon, obwohl ich selbst davon natürlich profitiere ganz klar, aber ich hätte mich gefreut, wenn man mehr Geld in die Infrastruktur gesetzt hätte. Ein bisschen detaillierter stellt es dann auch noch elektriff.net in seinem E-Mobility-Dashboard für Juli dar. Im Juli wurden demnach 25.464 reine Elektro-Pkw zugelassen. Das entspricht einem Zuwachs von 51,6% gegenüber dem Vorjahresmonat und einem Anteil von 10,8% unter allen Neuzulassungen des Monats. Also über ein Zehntel waren batterieelektrische Pkw. Insgesamt kamen hierzulande über alle Antriebsarten hinweg 236.000 Pkw neu auf die Straße. Das entspricht einem Minus von 24,9% zum Juli 2020, während reine Elektroautos um 51,6% zulegen konnten. Also, man sieht hier eindeutig den Trend. Zum Vergleich zwischen Juni 2021 und Juni 2020 legten die Neuzulassungen um 24,5% zu. Der Juli 2021 war also insgesamt ein schwächerer Monat, wohl auch wegen der globalen Halbleiterknappheit mutmaßt Elektriff.net. Elektriff.net hat dann auch nochmal die Marktanteile der Verbrenner dargelegt. Im Juli 2021 wurden noch 93.176 reine Benziner neu zugelassen, minus 39,6%, was einem Marktanteil von 39,4% entspricht. Beim Diesel waren es 46.660 Pkw minus 47,9% und der Marktanteil liegt damit unter 20%. Also, ich muss ganz ehrlich zugeben, beim jetzt schon vorhandenen Angebot an Elektroautos, die Auswahl nimmt ja von Monat zu Monat zu und auch die chinesischen Hersteller drängen auf den deutschen Markt und sorgen dafür, dass eventuell in Zukunft auch die Preise mal ein bisschen fallen, denn in meinen Augen sind die Elektroautos immer noch zu teuer. Aber wenn ich nicht andauernd Langstrecke fahren müsste und zu Hause laden könnte, tja, da muss ich ehrlich eingestehen, gäbe es für mich keinen Grund mehr, kein Elektroauto zu kaufen. Ich bin also mal gespannt, wie das in den nächsten Monaten noch weitergeht. Ja, aber der Trend spricht ja für sich. Neben den Hybriden sind die Elektroautos diejenigen, die den Markt ja überhaupt am Laufen halten. Also positive Nachrichten vom Elektroautomarkt und ich hoffe, dass das in den nächsten Monaten genau so weitergeht. Ja, und zahlreiche Zuschauer haben mich auf eine Nachricht bezüglich CATL hingewiesen. Das ist ja ein Batteriehersteller. Elektrif.net berichtet dazu. CATL will Natrium-Ionen-Batterie bis 2023 bringen. Ich will das Thema gar nicht so sehr aufblasen, weil das ja auch erstmal wieder nur eine Absicht Bekundung ist und es würde vielleicht auch den einen oder anderen wieder davon abhalten, jetzt ein Elektroauto zu kaufen, weil er halt damit rechnet, ab 2023 werden die Akkus günstiger. Also warte ich mal bis dort mit dem Elektroauto kaufen. Meiner Meinung nach, wenn man ein neues Auto braucht, neues Auto sucht und ein Elektroauto passt ins Fahrprofil, ja, dann würde ich jetzt schon direkt auf Elektroauto umsteigen und nicht auf die weitere Entwicklung bezüglich der Batteriezellen erwarten. Trotzdem hier noch ein paar Informationen von elektrif.net zu dieser neuen Batterie. Die Natrium-Ionen-Batterie von CATL bietet eine Energiedichte von bis zu 160 Wattstunden pro Kilogramm. Das ist wohl ein bisschen weniger als die Lithium-Ionen-Batterien und kann bei Raumtemperatur in 15 Minuten zu 80 Prozent geladen werden. Für die nächste Generation ihrer Natrium-Ionen-Batterie streben die CATL-Forscher eine Energiedichte von 200 Wattstunden pro Kilogramm an. Im Vergleich zu Lithium-Ionen-Zellen haben Natrium-Ionen-Zellen eine schlechtere Energiedichte, sowohl beim Gewicht als auch beim Volumen. Zudem gäbe es strengere Anforderungen an die Materialstrukturstabilität und das dynamische Verhalten. Das sei auch bisher der Flaschenhals bei der kommerziellen Nutzung von Natrium-Ionen-Zellen. Das wird CATL durch neue Kathoden und Anoden-Materialien gelöst haben. Wie gesagt, aus meiner Laien-Sicht heraus ist das immer noch Zukunftsmusik. Das ist so wie die Feststoff-Batterie, die ja auch immer wieder durch die Medienlandschaft getrieben wird. Aber bis die wirklich mal in Autos zum Einsatz kommt, ja, da werden sicherlich noch ein paar Millionen Autos in Deutschland verkauft werden bis dorthin. Und deshalb will ich das Thema auch gar nicht so hoch hängen. Es ist aber ein weiteres Zeichen dafür, dass auch die Batteriezellentwicklung noch ganz am Anfang steht und wir dann noch in den nächsten Jahren riesige Forschungs- und Entwicklungsschritte sehen werden. Ja, und da kommen jetzt auch schon die voreingenommenen Öl-Nachrichten. Die Zuschauer Marc, Sebastian und Philipp haben mich auf nachfolgende Meldungen von Merkur.de hingewiesen. Dort titelt man jetzt nach Umweltunfall auf TU-Kambus bis zu 5000 Liter Kerosin ins Grundwasser gestiziert. Am Dienstag wurde bekannt, dass an einer defekten Pumpe bis zu 5000 Liter Kerosin ausgelaufen waren. Um die Trinkwasserqualität müssten sich die Menschen in Garching keine Sorgen machen, sagte ein Wasserexperte. Das staatliche Bauamt führte sechs Bohrungen durch bis zu 15 Meter tief. Christian Leb vom Wasserwirtschaftsamt sagte, es zeichnet sich ab, dass der Boden und das Grundwasser belastet sind. Eine der Grundwasserproben habe deutlich nach Kerosin gerochen. Wie hoch die Kerosinkonzentration im Grundwasser ist und wie sich das kontaminierte Wasser ausgebreitet hat, wisse der Experte noch nicht. Also das widerspricht ein bisschen dem, was dieser andere Wasserexperte gesagt hat. Ich nehme an, das war nicht der Herr Leb. Auf jeden Fall wieder mal eine Meldung, die alles andere als positiv für die Umwelt ist. Ja und der Zuschauer Stefan hat mich auch noch auf die nachfolgende Meldung von spiegel.de hingewiesen. Dort steht zu lesen, bei einer schweren Explosion an einer Tankstelle in Novosibirsk sind mehr als 20 Menschen verletzt wurden. Unter ihnen seien mindestens acht Schwerverletzte, sagte eine Ärztin der Agentur Interfax. Normalerweise nehme ich ja keine Meldungen mit Verletzten auf, gerade bei den brennenden Verbrennern. Die mache ich aber mal eine Ausnahme, weil die Bilder zu dieser Explosion, die sind schon erschreckend. Link findet ihr natürlich auch wieder unten in der Videobeschreibung. Videos zeigen, wie ein riesiger Feuerball über der Tankstelle aufstieg. Danach seien immer wieder Gasflaschen explodiert, hieß es. Die genauen Umstände der Explosion sind unbekannt. Daran sieht man mal wieder, dass Brennstoff durchaus auch gewisse Gefahren in sich bergen. Und vielleicht ist der ein oder andere Stadtbewohner dann doch ganz froh, wenn statt einer Tankstelle nur eine Ladesäule bei ihm in der Nähe positioniert ist. Auf jeden Fall bestärken mich auch diese beiden Meldungen wieder in meiner Überzeugung, dass wir als Gesellschaft zumindest mittelfristig damit aufhören sollten, wertvolle Rohstoffe zu verbrennen. Ja, und dann haben wir natürlich auch wieder zusammen die Liste der brennenden Verbrenner gepflegt. Hier möchte ich mich bei den Zuschauern Andreas, Bernd, Carlos, Klaus, Joachim, Lisa, Markus, Peter, Klaus, Holger, Marco, Niel, Michael und weiteren Rainer, Thomas und Uwe bedanken. Die haben mir jeweils Informationen zu brennenden Verbrennern in der Regel aus lokalen Nachrichten zukommen lassen. Also vielen Dank für die Unterstützung auf jeden Fall. Wir werden diese Liste der brennenden Verbrenner so lange weiter pflegen, wie ein brennender Verbrenner, wenn er nicht gerade Thomas Anders gehört, nur in den lokalen Nachrichten Niederschlag findet, während ein brennendes Elektroauto, wenn es denn dann in seltenen Fällen überhaupt mal brennt, gleich international für Schlagzeilen sorgt. Ja, da kommt jetzt auch schon. The Community Kone. Die erste Mail kommt heute vom Zuschauer Jan, der schreibt, lieber Michael, in einem der letzten Videos ging es auch, um die bislang wenig verbreitete Möglichkeit bei Ladeparks mit Kreditkarte oder halt EC-Karte zahlen zu können. In Sedelsberg-Satterland zwischen Oldenburg und Papenburg an der Kreuzung B72-B401 am Küstenkanal ist gerade ein solcher Park entstanden. Den Link dazu findet ihr auch wieder unten in der Videobeschreibung. Der Ladepark ist offensichtlich bisher weder in den gängigen Apps noch auf Google Maps verzeichnet. Da hoffen wir mal, dass das bald der Fall ist. Die wesentlichen Auffälligkeiten, die der Jan festgestellt hat, es gibt vier Schnellladepunkte und acht AC-Ladepunkte. Die Preise liegen bei 49 Cent je Kilowattstunde fürs DC-Laden und 29 Cent je Kilowattstunde fürs AC-Laden und leider noch ein Minutenpreis von 2 Cent die Minute, insbesondere bei den AC-Ladern bedauerlich. Ja, es ist immer bedauerlich, als die Konditionen sind natürlich alles andere als erfreulich. Durch Ladegeschwindigkeit wirkte etwas niedrig, 50 kW für ID.3 bei 50 Prozent, soll aber für 180 kW ausgelegt sein, eventuell auch bis 360 kW, schreibt der Jan. Positiv ist noch die Überdachung hervorzuheben, negativ die fehlenden gastronomischen Möglichkeiten im Umfeld. Ein paar Illustrationen im Anhang, viele Grüße aus dem Nordwesten, Jan. Und da schauen wir uns gerade mal an, der Jan hat hier diese PDF mal mitgebracht und da sehen wir den Standort ungefähr, also in der Nähe von Leer und von Oldenburg. Er hat sich da also wirklich Mühe gegeben, hier hat er es auf Google Maps nochmal eingezeichnet. Hier sehen wir dann diesen Ladepark mit der Überdachung, da steht vermutlich der ID.3 von Jan. Hier ist dann der AC-Lader, man kann also mit Visa und auch mit der EC-Karte, so wie sie früher hieß, laden. Und was hat er noch geschickt? Und dann hier sieht man nochmal die Schnelllader und seinen ID.3 und hier auch nochmal das Display und hier seht ihr das noch, Maestro funktioniert also auch. Ja, vielen Dank Jan für die Information. Wie gesagt, Link zu dem entsprechenden Ladepark findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja und die nächste E-Mail ist vom Uwe, die ist recht lang, die muss ich jetzt also ein bisschen kürzen. Hochgeärter Erhabener, richtige Anrede. Es ist vollbracht, vergangene Woche lief endlich mein bestehender Leasingvertrag des Dienstverbrenners aus und ich, wir konnten unseren E-Nero übernehmen. Nunmehr zählen wir uns also auch zur Gilde der E-Jünger. Macht wirklich Spaß, wenn auch ich natürlich noch nicht alle der zahlreichen Menüunterpunkte des Fahrzeugs durchdrungen habe, die den Fahrspaß bestimmt noch erhöhen werden. Kleiner Wermutstropfen aber schon heute. Voraussichtlich werden sich die Wege zwischen unserem Stromau und uns schon zum Jahresende wieder trennen müssen, denn ich plane einen Übergang in den Ruhestand. Aber der Uwe hat sich auch schon Gedanken über mögliche Autos gemacht. In einer akzeptablen Preisrange liegen dabei der E-Nero, der Kona oder der Peugeot i208. Für eine zweiköpfige Familie unseres Erachtens völlig ausreichend, das sehe ich auch so. Ich werde mir das wohl recht kurzfristig im Detail anschauen, weil der Uwe rechnet mit längeren Lieferzeiten, sicherlich nicht ganz unberechtigt. Er hat auch Abos in Erwägung gezogen. Ich denke ja, die Abomodelle sind doch ein bisschen zu teuer, also für mich wären sie zumindest zu teuer. Naja gut, der Uwe überlegt sich das. Viele Grüße Uwe und er hat natürlich auch ein Foto von seinem Schätzchen mitgeschickt. Hier sehen wir also seinen Kia E-Nero, der ja immer noch ein richtig tolles Elektroauto ist mit viel Platz, mit gutem Komfort, mit guter Geräuschdämmung. Ja, an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch zum E-Nero, lieber Uwe und ich wünsche euch mit dem Elektroflitzer natürlich allzeit knitterfreie Fahrt. Und last but not least haben wir da noch die Mail vom Jochen, der schreibt, Hallo Michael, erhabener Mensch, sehr schöne Anrede, Jochen. Nun ist er da, der neue Ioniq 5 Modell 45 und der alte 2,5 Jahre alte Kona ist weg. Kein Leitplankenkontakt, alles schön klein und handlich. Ganz toll, den Seiten nie passt, den entsparen können. Schöne Grüße an die E-Auto-Gemeinschaft und immer eine Handbreit Luft zwischen dem Mustang Mach-E und der Leitplanke oder dem Polder an einer Ladesäule. Vielen Dank, lieber Jochen. MFG Jochen und er hat dann auch ein Foto mitgeschickt. Hier sehen wir ihn dann also mit seinem Schätzchen. Ist ja eins der innovativsten Elektroautos, das momentan am Markt ist mit der 800-Volt-Technik und auch sonst mit ein paar wirklich nerdigen Ideen, die Hyundai da umgesetzt hat. Die haben da wirklich Mut bewiesen, auch beim Design. Mir gefällt er ausgesprochen gut und mir gefällt natürlich auch gut, dass der Jochen wirklich eine richtig große PV-Anlage auch am Dach hat. Das heißt also, bei Sonnenschein wird er seinen Hyundai Ioniq mit Sonnenstrom beladen. Davon gehe ich jetzt mal aus. Also ich wünsche dir oder euch natürlich auch allzeit knitterfreie Fahrt mit dem Ioniq. Ja, dann kommt jetzt auch schon... Ja, wie ihr es euch denken könnt, es gibt ein paar Unbelehrbare. Auch diesmal haben mich wieder Error-Meldungen erreicht. Und ich habe mir jetzt mal eine exemplarisch rausgesucht. Da stellt ein Zuschauer der Ben-Redaktion eine Rechenaufgabe. Und zwar schreibt ein anonymer Zuschauer, Haha, I found an Error. Tesla verkauft auch Solardächer und Powerbanks. Außerdem kosten Supercharger für viele Tesla-Fahrer ordentlich Geld. Dass das nicht gewinnbringend sein soll, wage ich zu bezweifeln. Bezweifeln, okay, mag sein, des weiteren Service-Center- und Zubehörverkauf. Last but not least CO2-Zertifikatverkäufe. Anhand der Zahlen kann man das definitiv nicht ablayersen, woher der Gewinn stammt. Mit knapp über 200.000 Fahrzeugen kommt man auf vielleicht 2 Milliarden Umsatz. Aber woher stammt der Rest? Also zunächst erstmal muss man feststellen, dass Tesla ja ein börsennotiertes Unternehmen ist. Und natürlich kann man aus den Quartalszahlen, die die veröffentlichen müssen, auch die Herkunft der Umsätze genau erkennen. Das muss nämlich recht detailliert veröffentlicht werden. Das ist jetzt nicht so wie bei einem nicht börsennotierten Unternehmen, wo man doch viele Freiheiten genießt, sondern hier muss Tesla liefern. Und das haben sie sicherlich auch. Ich bin jetzt so tief nicht eingestiegen. Aber diverse Medien haben ja über die Quartalszahlen berichtet. So hat zum Beispiel Tagesschau.de berichtet, mit über 201.000 Fahrzeugen lieferte der Tech-Konzern so viele Stromer aus wie noch nie in einem Vierteljahr. Nicht nur mit dem Verkauf von E-Autos macht Tesla gewinne knapp ein Drittel des Überschusses stammt auch aus dem Verkauf von Emissionsrechten an andere Autobauer. Also es ist alles bekannt im Prinzip. Und es wurde dann auch von Sondereinflüssen berichtet, unter anderem von einer Prämie an den Herrn Musk. Auch von Einflüssen der Bitcoin-Bestände wurde berichtet. Also es ist eigentlich alles bekannt, lieber unbekannter Kommentarschreiber. Und wir erinnern uns jetzt nochmal an den Hinweis, mit knapp über 200.000 Fahrzeugen kommt man auf vielleicht 2 Milliarden Umsatz. Das ist ja eine relativ einfache Rechenaufgabe, die ich mal ja durchgeführt habe. Ich habe also einfach mal so ganz grob angenommen, wie viel so ein Auto an Umsatz generiert vor Steuern, muss man dazu sagen. Also es kann vielleicht auch ein bisschen hochgegriffen sein von mir. Ich bin also einfach mal von 50.000 Dollar im Schnitt ausgegangen. Es werden ja auch noch ein paar Model X und ein paar Model S verkauft. Die dürften ein bisschen mehr Umsatz in die Kassen spülen, als jetzt zum Beispiel das Tesla Model 3. Tesla Model Y wird wahrscheinlich auch eher etwas höher im Preis liegen. Ich habe also jetzt einfach mal grob der Einfachheit halber 50.000 Dollar je Fahrzeug an Umsatz gerechnet. Das multipliziert mit 201.250 ausgelieferten Fahrzeugen. Ergibt bei mir 10 Milliarden Umsatz, lieber unbekannter Kommentarschreiber bzw. Errermelder. Und dann habe ich mal geguckt, wie der Preis für ein Fahrzeug denn sein müsste oder der Umsatz für ein Fahrzeug, damit wir wirklich nur auf die 2 Milliarden kommen. Wir blenden also hier mal diese Zellen ein. Da habe ich nämlich geguckt, es müssten, ich meine, da muss man nicht viel rechnen können, rund 10.000 Dollar sein, damit wir bei 2 Milliarden US-Dollar Umsatz landen. Das wären also 8.474,58 Euro. Und soweit ich weiß, werden die Fahrzeuge von Tesla doch ein bisschen teurer als Neuwagen verkauft. Von daher muss ich ganz ehrlich zugeben, hat an dieser Stelle nicht die Ben-Redaktion oder die übrigen Medien einen Error begangen, sondern der Zuschauer, der diese Errormeldung an uns weitergereicht hat. Und damit wäre wieder zweifelsfrei bewiesen, dass die Breaking Electro News absolut fehlerfrei und perfekt sind. Und da es jetzt auch ein bisschen kühl ist, vielleicht hole ich mir gleich mal einen Winterschall. Ja und an dieser Stelle möchte ich mich wie immer bei allen Zuschauern bedanken, die mir Mails haben zukommen lassen zur Elektromobilität, zu Informationen zu neuen Elektroautos etc. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ohne eure Hilfe wären die Breaking Electro News nicht möglich. Ansonsten soll es das für die heutige Ben-Ausgabe gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten, gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und Abo ist ja wohl obligatorisch, sonst verpasst ihr die nächste Ben-Ausgabe. Bis zum nächsten Mal.